Der mit Aschen bedeckte Magraschein steht vor dir, der Gebruch vom verbraten Holz hegt noch immer in der Luft. Maskas Schmiedhammer auf den Schrein legen. Die Temperatur um dich herum beginnt zu steigen. Nach kurzer Zeit hast du das Gefühl, bei einer offenen Esse zu stehen. Maskas Hammer beginnt rot zu glühen. Plötzlich schießen aus dem Boden um den Schrein herum neben der Feuer sollen Flammen feulen. Aus dem Himmel stürzen geflügelte Gestalten auf dich heraufströmt, weil sie an weit geöffneten Mäulern kämpfen. Okay, Dorens ist hier umgezingelt von Flammen fallen. Wo habe ich jetzt schon wieder ein verstecktes Weck gefunden? Da ist ein verstecktes Objekt? Okay. Was ist das jetzt schon mit dem Schmiedehammer? Reise zu Magras Gabelung und fände den Magraschein an der Wegkreuzung. Schließe den Spenterses über Als Abi, indem du Maskas Schmiedehammer und den Schrein segnest. Ich habe das Ritual für Maskas abgeschlossen. Der Schmiedehammer ist nun verzaubert. Ich muss ihn zurück in den Abidon-Tempel in Stall fortbringen. Ich bin hier. Hier oben geht es schneller raus. Auf nach Starboard. Das Kopfgeld und den Hammer abgeben. Neue Kopfgelder annehmen, wenn es neue gibt. Ich meine, der andere hatte auch zwei Schübe Kopfgelder. Und solange es Kopfgelder gibt, nehme ich sie an. Es gibt ja sogar ein Achievement, was ich mich frage, wie das einer schafft. Also wahrscheinlich hauptsächlich mit Schummeln. Es gibt ja den Eisenurteil-Spielmodus, wo man nur einen Spielstand hat und wenn man stirbt, ist der weg. Ich denke mal, dass die Leute dann einfach den Spielstand vorher wegkopieren und im Falle einer Niederlage ihn einfach wieder reinkopieren. Aber es gibt halt das Achievement auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit dem Eisenurteil. Alle Kopfgelder, alle Drachen, alle Erzmagier, also wahrscheinlich Konzelhaut und keine Ahnung wen noch, zu töten. Und das auch noch Solo. Hallo, ich hoffe, du hast keine Schwierigkeit mit dem Ritual. Du hättest mich vor den Flammenfallen und Drachen warnen können. Vor dem bitte was? Davon wusste ich nichts. Vielleicht waren sie nur zufällig in der Gegend. Äh, hier ist dein Hammer. Wenn er noch etwas anderes beschwört ist, ist das dein Problem. Und gerade zur rechten Zeit, ich sollte gestern mit diesem Schwert fertig sein. Also gut, magisch haben wir dann mal los. Sie hebt den Hammer, um ihn auf das unfertige Schwert zu schlagen. Warte, vielleicht ist das keine gute Idee. Verwende den Hammer nicht. Zusehen. Masker schickt den Hammer fest abwärts. Die Klinge und der Amboss dröhnen durch die Kraft des Schlags. Das Metall der Klinge kräuselt sich wie Wasser, als es sich zu einem Schwert formt. Masker grinst und liegt dir zu. Aber das Dröhnen hört nicht auf. Es wird schriller und schriller und gerade als das Geräusch unerträglich wird, verspringt das Schwert. Metallbrille später werden durch den ganzen Raum geschleudert. Hm. Teil 4s Ritual. Das habe ich schon lange nicht mehr... Habe ich schon lange niemanden mehr versuchen sehen. Er blickt dich an. Das war das natürlich Hilfe, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du der Auslöser warst, Masker. Gibt es einen Grund, warum ich dich nicht augenblicklich aus dem Tempel werfen sollte? Ich? Nein, Meister. Was ist mit dir? Engrim wendet sich dir zu. Du hast dich zu einem Teil dieser Angelegenheit gemacht. Möste du etwas zur Maskers Verteidigung vorbringen? Alle Fehler können in Lektionen umgeschmiedet werden. Einer von habe ich dir uns Grundsätze, wenn mich nicht alles täuscht. Eine wertvolle Lektion für Masker findest du nicht? Alle Fehler können in Lektionen umgeschmiedet werden. So steht es in diesem Buch. Ich würde sagen, Masker hat eine wertvolle Lektion gelernt. Masker bewundert dich. Sie war es leicht, dich zu enttäuschen. Du musst doch zugeben, dass Maskers Lösungsversuch kreativ war. Wie viele deine Akkolyten legen eine solche Initiative an den Tag? Masker ist eine wertlose Schmiedin. Neuer Tempel, sondern sie besser dran. Schweigen. Lass mich da raus. Ich habe nichts mehr zu sagen. Nun nehmen wir mal wirklich die Eins. Ach, würden doch mehr meine Akkolyten das Buch tatsächlich lesen. Engrim lächelt. Masker, dieser Fremdler hat deine Stellung diesem Tempel gerettet. Sorge dafür, dass ihre Mühen nicht umsonst waren. Das wäre ich nicht. Danke, Meister Engrim. Masker lächelt dir schwach zu. Und ich danke dir für diese zweite Chance. Hier ein Geschenk für dich. Eines der ersten Stücke, die ich geschmiedet habe. Nun muss ich mich wieder an die Arbeit machen. Ich habe noch viel zu lernen. Die mühelose Klinge ist ein Bolch, der sehengebunden ist. Ne, danke. Dein Ruf in Storwart hat sich verbessert. Okay. Ist aber klar, wenn sie mit dem Schmiedehammer da drauf schlägt, als ob es ein Xauripschädel wäre, dass das Schwert dann auch zerspringt wie ein Xauripschädel. Der Mutti ist schon eine ganze Woche überdunkelt. Das ist ein Oben, sage ich. Sagt ein Dörfler. Suchst du Arbeit? Ich bin hier, um das Kopfgeld von Rotwit abzuholen. Der Götter sei Dank. Vielleicht waren sie nicht auf dem Weg nach Storwart, aber ich wollte kein Risiko eingehen. Hier ist die versprochene Belohnung. Fortwand. Wir sind ein paar neue Berichte eingegangen. Ich dachte, vielleicht hättest du Interesse. Naja, ich habe es gehofft. In der Weisstellung, es sei gemacht, ein Rudel von Lagofeff-Ärger. Als wäre die Lawine nicht schon stimmt genug. Was? Und da gibt es noch einen Piraten-Bürnhold, den die Reißzähne tot sehen wollen. Ich nehme es mit dem Lagofeff auf. Sie haben sich einen kleinen Spitznamen verdient. Rotwasser Lagofeff, weil sie die kleinen Rackere Beute unter Wasser zerren. Sie sind kürzlich in der Weisstellung-Sinke aufgetaucht und bedrohen die Leute. Wer sie ausschaltet, der kriegt eine saftige Belohnung. Und der Pirat-Bürnhold? Ein Medium aus dem Todesfeuerarchipel. Die Art von Medium, die sich auf ein Schiff schwingt und die gesamte Besatzung überzeugt, sich zu ertränken. Anscheinend hat Brunhold Geschichten gehört, was sich in enguitanischen Ruinen für Schätze finden lassen und ist ins Landesinnere gezogen. Die Reißzähne haben ihre besten Krieger auf Brunhold gehetzt, nachdem er einige Tempel geblündert hatte. Aber sie haben ihm nicht einmal einen Kratzer verpatzt. Zuletzt wurde Brunhold irgendwo bei der Dürfurt-Flusskreuzung gesehen. Bring mir Brunholds Kopf und du bekommst die Belohnung, die die Reißzähne ausgesetzt haben. Margranz-Anhänger abgeschlossen. Rotwasser, Lagofe. Brunhold. Schienende Auge abgeschlossen. Ein einsames Mal hinzugefügt. Gleich eine neue Quest. Und Steuern. Das sind aber wenig Geld diesmal. Eine erschöpfende Suche und Nachforschung in drei Ländern war nötig, aber schließlich fand hier Varia seine Spur des gestohlenen Adraban-Auges. Nach dem Krieg des zerbrochenen Steins reiste der armaunische Dieb nach Süden, nach Abed, von dort weiter nach Nazitak. Und in den Nordfern fand der Dieb einen reichen Käufer, den Anführer eines Wohnhabens des Stammes. Eine Generation später wendete sich das Schicksal des Stammes und er wurde sowohl von Piraten aus dem Todesvollen Archipel als auch von Bleichelfen aus dem ewigen Weißüberfall. Die Bleichelfen verkaufen das gestohlene Auge an Kaufleute aus Alt-Vailia. Diese brachten es nach Norden zum Prinzen von Dracosi, wo es zwei Generationen verblieb. Als der Dracosi-Palast geplündert wurde, nahm einer der Invasoren das Auge als Kriegsbeute an sich und brachten es über das Meer nach Ocea in den Valianischen Republiken. Dort befand es sich noch immer, als sie Varias eintraf. Der reiche Patriarch, in dessen Besitz sie das Auge befand, verlangte zwar eine dreiste Summe, aber die Glanfantanischen an meinem Vater zögerten nicht, diesen hohen Preis zu zahlen. Ja, Kreuzbinde. Und eine neue Quest, ein einsames Mal. Vom östlichen Abschnitt über die Dier bis nach Alt-Vailia taucht bei Personen jeden Alters plötzlich ein seltsames und unverwechselbares Mal an der Innenseite ihres linken Oberschenkels auf. Es scheint keine Verbindung zwischen den Personen zu geben und niemand hat von irgendwelchen negativen Auswirkungen des Mahls berichtet. Aber kaum jemand glaubt, dass es sich um ein Vorzeichen von etwas Gutem handelt. Einige weitgereiste Valianer sagen, eine nicht ganz so geheime Heimgesellschaft habe Interesse an den gekennzeichneten Personen und könnte etwas Schändliches mit ihnen vorhaben. Dann schicken wir mal die trauernde Mutter los. Wenn das was in der Richtung ist. So, jetzt haben wir zwei neue Kopfgelder. Aber noch mehr Sachen abgeschlossen. Also die Drachen tötte ich, wenn ich wieder Ideen im Team habe. Jetzt rasten wir erst einmal wieder vernünftig. Dann geht es zu Dürgans Batterie. Gucken, was wir wegen den Kanonen tun können und wegen der Abgesandten. Back to warm your hands, eh? What can top quality bear? So, dann geht es mal hier hoch zur Dürgans Batterie. Mal gucken, wie sich Star geändert hat. Also, was sich hier verändert hat. Wir können ja erstmal mit unserem Lieblings Leichenfuscher reden. Wenn er noch zu Hause ist. Ob er was Neues zu sagen hat. Und dann können wir uns der Batterie nähern und gucken, was die Leute dort zu sagen haben. Hilfe. Okay, was sind das für welche? Vegan. Gerichtete Zauberin. Okay. Das war knapp. Nester Zitter vor Erschöpfung. Für gewöhnlich bin ich etwas geschickter darin, Überfeld zu meinen. Warum waren sie hinter dir her? Ich werde gelegentlich für eine Steuereintreiberin gehalten. Vielleicht dachten das auch diese Räuber. Das war knapp. Nester Zitter für Erschöpfung. Für gewöhnlich bin ich etwas geschickter. Überfeld zu ermalten. Da gehen wir. Da sehen wir uns bei der weißen Esse. Ja gut, wir haben sie jetzt gerade vor Banditen gerettet. Ziemlich reiche Banditen. Okay. Hier wird auf jeden Fall gearbeitet, wie man sieht. Also die Mauern haben Gerüste und so gekriegt. Nach Absperrungen. Hier liegt jede Menge Stein herum. Oh, sie steht sogar offen. Aber ja, wie ich schon mal sagte, theoretisch mit einer richtig langen Leiter hätte man einfach hochklettern können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020